Und damit ein wunderschönes Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf Julex, cool dass du eingeschaltet hast. In dem Video möchte ich erstmal nur eine wirklich ganz ganz kurze Info raushalten und zwar haben mich wirklich viele gefragt, wie sie mal mit mir reden bzw. zocken können, einfach mal Fragen stellen, vielleicht Tipps für YouTube abholen, was weiß ich. Auf jeden Fall ist es natürlich in der Party auf der PS4 ein bisschen blöd, weil viele haben vielleicht keine PS4, besonders die, die vielleicht YouTube erstmal anfangen, haben ja eher erstmal einen PC und ja, außerdem konnten nur acht Leute in die Party auf der PS4, das ist halt echt, echt wenig. Deswegen habe ich mal bei meinem Netzwerk gefragt, ob man da nicht mal irgendwas machen könnte. Und die haben mir, wie gesagt, ein Sponsoring für einen Teamspeak besorgt von der Firma Xenon Hosting. Diese Firma hat mir jetzt einen wirklich richtig, richtig heftigen Teamspeak mit 100 Slots gesponsert. Auf jeden Fall ein riesen Dankeschön an euch und auf dem kann ich jetzt also wie gesagt perfekt mit euch reden, zocken und natürlich auch streamen, Videos aufnehmen und so weiter. Schaut auf jeden Fall mal in die Beschreibung, dort findet ihr nämlich die IP zu diesem Teamspeak-Server. Ich werde auf jeden Fall jetzt auch da sein, ihr könnt mir da Fragen stellen, Tipps für YouTube abholen, einfach mal chillen, mit anderen Leuten GTA vielleicht zocken, wie auch immer. Wenn ihr auch einen eigenen Teamspeak-Server haben möchtet, dann schaut auch mal in die Beschreibung. Dort habe ich euch nämlich mal ein Unternehmen verlinkt und zwar dieses Xenon Hosting. Die machen wirklich billige und wirklich gute Teamspeak-3-Server. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Schaut auf jeden Fall mal auf dem Teamspeak vorbei, würde mich wirklich mega freuen. Ab morgen kommen dann auch wieder ganz normale Videos. An der Stelle bin ich raus. Bis bald und Peace! Everybody Can you feel the groove? Grab somebody Let it go Everybody Can you feel the groove? Grab somebody Let it go Everybody Grab somebody Everybody Grab somebody Sorry Let it go Let it go Let it go Let it go Arbus kennt So пров Trggi Know That